Hallo, ich bin Patrick Hommel. Ursprünglich komme ich aus der Gegend von Berlin. Studiert habe ich in Berlin, Rom und Tübingen. Danach war ich für einige Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Wuppertal, wo ich auch mein Vikariat gemacht habe. So bin ich auf Umwegen in die EKM gekommen und bin jetzt Pfarrer von Weißenfels Mitte. Von der EKM wünsche ich mir, dass sie eine Kirche bleibt, die sich mutig und mit Besonnenheit den Fragen unserer Zeit stellt.